Das ist eine Wöste. Die Wöste ist praktisch. Das ist eine Hose. Die Hose ist rot. Das ist eine Mietze. Die Mietze ist bunt. Das ist eine Lederjacke. Die Lederjacke ist extravagant. Das ist eine Krawatte. Die Krawatte ist gemustet. Das ist eine Jeanshose. Die Jeanshose ist weit. Das ist ein Schar. Der Schar ist blau. Das ist ein Mantel. Der Mantel ist schick. Das ist ein Bikini. Der Bikini ist neu. Das ist ein Rock. Der Rock ist lang. Das ist ein Gürtel. Der Gürtel ist trendy. Das ist ein Minirock. Der Minirock ist kurz. Das ist ein T-Shirt. Das T-Shirt ist weiß. Das ist ein Hemd. Das Hemd ist modisch. Das ist ein Kleid. Das Kleid ist dunkelrot. Das sind Shorts. Die Shorts sind sportlich. Das sind Hausschuhe. Die Hausschuhe sind gestreift. Das sind Stiefel. Die Stiefel sind elegant. Das sind Socken. Die Socken sind gepunktet. Das sind Handschuhe. Die Handschuhe sind warm. Das sind Handschuhe. Das sind Text im Auftrag des Spanischen комп rounds. Das ist ein Verrück إنender Schattel. Vielen Dank.